Ich darf nun übergeben an den Vortrag von Professor Schwarz, Universität Dresden, er reicht gerade auf einer Diabetes-Konferenz in Pakistan. Wir hoffen, dass alles technisch gut funktioniert, abgesehen von der Zeitverschiebung, die ja auch noch stattfindet, und übergebe damit zum Thema Prävention, Räume und Ernährung Professor Dr. Peter Schwarz von der Universität und jetzt Karl-Gustav Karus der TU Dresden Medizinischen Klinik III. Vielen herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Chance habe, auf dem 17. Würmthaler Rheumasymposium zu sprechen und die Chancen, dass das digital ist, gibt mir die Möglichkeit, im Moment aus Pakistan zu Ihnen zu sprechen, mit Ihnen zu diskutieren. Ich bin in Lahore auf einer Vortragsreise, wo es um Diabetes-Themen in Pakistan geht, weil hier das Diabetes-Problem um vielfaches größer ist, als wir das in Deutschland kennen. Was ich aber machen möchte, ist mit Ihnen zu diskutieren, wie Stoffwechsel und Psoriasis und Rheuma miteinander zusammenhängen und was uns aus diabetologischer Sicht da wichtig ist. Zu mir selbst, Peter Schwarz. Ich habe eine Professur für Prävention und Versorgung des Diabetes an der Uni in Dresden, bin international sehr aktiv und bin derzeit Präsident der Internationalen Diabetes-Gesellschaft. Also beschäftige mich sehr intensiv damit, wie diese Zusammenhänge nicht nur in Europa, sondern gerade in Ländern wie Bangladesch oder im Senegal oder auch Surinam zusammenhängen und was man da machen kann, um die Versorgung für Menschen mit Diabetes da zu verbessern. Die Situation, in der wir gelebt haben, muss man fast schon sein, durch diesen Kollegen. Er hat uns sehr in Atem gehalten und das hat für Diabetes auch eine Konsequenz gehabt, weil durch Corona, also ich will jetzt nicht sagen, dass Corona auch noch Diabetes macht, aber durch Corona, durch die Pandemie, durch soziale Isolierung, Social Lockdown, durch die ganzen Reaktionen der Regierung darauf, Social Distancing, das hat dazu geführt, dass wir etwa 25 Prozent mehr Diabetiker hatten, als wir sonst jedes Jahr haben. Und wie kann man das erklären? Der durchschnittliche Deutsche hat 6,7 Kilo während der Pandemie zugenommen und das hat zu einer zusätzlichen Morbidität und Mortalität unserer Patienten geführt. Und jetzt könnte man sagen, Pandemie ist ja vorbei, das wird jetzt alles wieder besser. Leider sieht das nicht so aus. Wir glauben, dass die Zunahme an Diabetes, also diese sprunghafte Zunahme bestehen bleibt, sodass wir auf einen Schlag 25 Prozent mehr Patienten auch behandeln müssen. Und das stellt uns für eine Herausforderung, auf die wir eigentlich nicht vorbereitet sind. Hier sehen Sie mal 540 Dresdner von Facebook. Alle die Roten werden im Laufe ihres Lebens ein Diabetes entwickeln. Da können Sie jetzt sagen, das ist ja furchtbar, das zu sehen. In Saudi-Arabien wäre das Bild komplett rot. In Saudi-Arabien hat im Moment eine Prävalenz von 47 Prozent Diabetes und 2030 schätzt man 56 Prozent Diabetes. Das heißt, mehr als jeder Zweite ist dort Diabetiker. Und wenn Sie sich Alterspyramide anschauen, sind zwei Drittel der Bevölkerung jünger als 30 Jahre und trotzdem so eine hohe Prävalenz. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn wir das mit uns vergleichen. Aber warum zeige ich das Bild? Weil es gibt auch die Grünen, bitte nicht als politisches Statement verstehen, aber die Grünen auf dem Bild haben die gleichen Risikofaktoren, leben im gleichen Umfeld, machen die gleichen Dinge, könnte man sagen, falsch und kriegen kein Diabetes. Die laufen durch die Tür in ihre Praxis rein und sie sagen, das ist ein Metaboliker, aber die sind kerngesund. Die haben eine sehr gute Insulinsensitivität und sind eigentlich metabolisch gesund. Und wir kennen die alle. Das sind so die dicken Gesunden. Das sind etwa fünf bis sieben Prozent der Übergewichtigen. Die haben Sie auch sicherlich schon mal gesehen. Wenn wir verstehen würden, was die Gesunden so gesund macht, hätten wir die geheime Antwort auf eine erfolgreiche Prävention eines Diabetes und vieler entzündlicher Grunderkrankungen. Und das ist ein interessantes Thema. Aber diese zwei Zahlen sind für mich die nachhaltige und effektive Form einer Prävention eines Diabetes. Wenn man 10.000 Schritte vom 25. Lebensjahr an laufen würde, man würde keine chronische Erkrankung bekommen. Da liegen 87 Studien dahinter. Das ist eine sehr effektive Maßnahme zur Prävention und für die eigene Gesundheit. Aber es wird noch besser, wenn Sie Diabetes haben und nur 1.000 Schritte mehr laufen, als Sie normalerweise laufen. Also egal, wie viele Schritte Sie täglich laufen, nur 1.000, aber täglich mehr, das sind 600 Meter etwa, reduziert das die postmaniale Glykose um 1,5 Millimol. Das ist etwa doppelt so viel, wie ein orales Antidiabetikum macht. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, die wirkliche Diabetologie ist nicht in unserem Gehirn als Diabetologen oder in unserem Rezeptblock als Diabetologen. Es ist im Oberschenkelmuskel unserer Patienten. Wenn wir den denn aktivieren können, die Frage, wie viel wir am Tag laufen, 2.700 Schritte. Wir sind als Europäer oder als Deutsche, das sind Zahlen aus Deutschland, wir sind eigentlich im Zaul. Wir nutzen das Potenzial, was uns die Evolution mitgegeben hat, nicht. Wir sind gemascht, um 36.000 bis 39.000 Schritte täglich zu laufen. Und dieses Potenzial nutzen wir nicht. Wenn wir das aktivieren könnten, das hätte enorme Auswirkungen. Und wenn ich andersherum frage, wie viele Stunden täglich sind wir inaktiv, kommt das hier raus. Wir brauchen nur 15 Minuten, um die 2.700 Schritte zu laufen. Wir sind eine faule Spezies geworden. Und dieses Faulsein korreliert ganz direkt mit unserer Morbidität und auch Mortalität. Und damit ist eigentlich der Weg schon aufgezeigt, was wir machen können, um dem zu entgegnen. Aber wir sind Ärzte, wir sind Wissenschaftler, wir wollen die Pathophysiologie verstehen. Und hier sehen Sie eine junge Frau, 5,2er, HWNC. Das ist also hochnormal. Und wir sehen hier einen Tag mit einem kontinuierlichen Glucosemonitoring. All die grünen Pfeile heißen, dass sie etwas ist. Und die lila Kurve ist ihr Blutzuckerspiegel oder der Gewebszuckerspiegel. Und was sehen wir? Da ist nichts. Selbst obwohl sie so viele Kohlenhydrate immer wieder ist, da ist kein Auf und Ab des Glucosespiegels. Der steigt nicht an und fällt wieder ab und so. Wir wissen heute, das ist jemand, der ganz insulinsensitiv ist. Diese Dame braucht vielleicht nur 1% ihres Insulins, was das Pankreas produzieren kann, um den Blutzucker zu regulieren. Dagegen hier ihr Vater. Das ist auch wirklich ihr Vater. Also 50% gleicher genetische Hintergrund. Der hat sogar einen besseren HWNC, aber es fällt sofort auf, dass die Kurve ganz anders ist. Früh und abends ist alles gut, wie bei der Tochter. Aber dann sehen Sie hier diese Schwankung. Das hätten wir wahrscheinlich erwartet. So sollte eine Mahlzeit aussehen. Das war hier vielleicht das Frühstück. Das Mittagessen könnte das gewesen sein. Und dann geht es hier der Zuckerspiegel runter. Und auch hier vorne, bevor er aufsteht, schwankt er so. Der Unterschied zwischen der Tochter und dem Vater ist, dass der Vater sehr insulinresistent ist. Meinetwegen in Ruhe 80% seines Insulins braucht, was das Pankreas produzieren kann, um den Blutzuckerspiegel normal zu halten. Das ist der entscheidende Unterschied. Weil der Vater so insulinresistent ist, hatte vielleicht noch 3, 4 Jahre, bis er eine Hyperglykämie und dann einen Diabetes mellitus entwickelt. Und diese Situation ist im Endeffekt für alle entzündlichen Grunderkrankungen der Katalysator, dass die entstehen, dass die schneller ablaufen, dass die Situation sich verschlechtert. Die Krux ist, wir finden die Leute nicht. Wäre ja jetzt cool, wenn wir sagen können, wir finden die und dann können wir Präventionsmaßnahmen applizieren. Aber wir können nicht ein kontinuierliches Glucosemonitoring mit allen Risikopersonen machen. Aber das Konzept ist wichtig, dass wir an Risikofaktoren agieren müssen oder dort die Patienten finden müssen. Das heißt für uns aus diabetologischer Sicht, wenn wir diese Schwankung des Blutzuckerspiegels im Kopf haben, ist therapeutisch eigentlich das hier sinnvoll. Wir müssen selbst bei Personen, die den gleichen Langzeitblutzucker HWNC haben und bei dem einen, der schwankt so ein bisschen und der andere schwankt aber ganz hoch. Wissen wir, der Hochschwanker stirbt am Herzinfarkt und Schlaganfall. Der Niedrigschwanker muss unter Umständen gar nicht so intensiv behandelt werden. Deswegen das Konzept in der Behandlung ist, die Schwankung zu reduzieren, selbst beim gleichen HWNC, wenn wir den akzeptieren wollen. Was heißt das jetzt aber pathophysiologisch nochmal intensiver betrachtet? Hier sehen Sie 90 Lebensjahre eines Patienten und da sind hier vorne, ist etwa die junge Frau, die ich Ihnen eben gezeigt habe, ganz wenig Insulin braucht, blaue Kurve, um den Blutzucker zu regulieren, rote Kurve. Dagegen der Vater steht etwa hier, braucht ganz viel Insulin, um den gleichen Effekt auf den Blutzucker zu erreichen. Wenn wir jetzt aber weiter in die Tiefe gehen, ist die Bauchfettadipositas, die viszerale Adipositas, der entscheidende Trigger, der diesen Prozess auslöst, über die freien Fettsäuren, die aus dem Bauchfett sezerniert werden. Wir wissen heute, fast 700 Peptidhormone werden aus dem Bauchfett sezerniert und die machen Diabetes, die machen Insulinresistenz, die machen Depression, die machen auch Impotenz, die machen alles, was wir als häufige chronische Erkrankung kennen. Nein. Und jetzt kommt dazu noch das Leberfett. Das Leberfett haben wir viele Jahre ignoriert. Wir dachten immer, wenn das da ist, können wir sowieso nichts unternehmen. Wir wissen heute, das Leberfett fängt an, steigt dann irgendwann an und das ist noch bevor dem Bild, was ich vorhin von dem Vater erzeugt habe. Und dann geht das kontinuierlich weiter. Wenn Sie 90 Gramm Fett in der Leber haben, werden Sie zum Non-Responder auf viele Diabetesmedikamente und zum Non-Responder auf eine Lebensstilintervention. Und das ist Mist. Weil wenn Sie das Leberfett haben und Sie sind dann motiviert, etwas zu ändern, Sie machen das auch, aber es funktioniert nicht, weil das Leberfett da ist, dann ist der Patient frustriert und wir sind frustriert, weil wir sehen, das funktioniert bei dem Patienten. Hier beginnt der Diabetes, hier diagnostizieren wir den Diabetes, das heißt, wir kommen auch noch viel zu spät. Wir müssten also überlegen, ob wir in dieses klinische Paradigma, in diesem roten Kreis hier eintreten können und doch etwas ändern können. Und da ist eben das Leberfett zum Beispiel mittendrin. Und wenn wir uns jetzt nochmal entzündliche Erkrankungen anschauen, dann ist das auch genau da, wo zum Beispiel die Psoriasis drinsteckt. Und für mich war das ein Augenöffner, als wir uns angeschaut haben, was macht die Psoriasis, was hat sie für Risikofaktoren, was kann man intervenieren. Das ist fast eins zu eins das Gleiche wie bei dem Diabetes mellitus. Nur, dass die Hautärzte den psoriatrischen Marsch andersherum betrachten, als wir die Entstehung der Visceral Adipositas und der Insulinresistenz. Die Faktoren sind aber genau die gleichen. Also ist der Zusammenhang vielleicht viel größer, als wir klassischerweise denken. Wenn wir jetzt überlegen, was wollen wir dort gegebenenfalls ändern und was werden jetzt basierend auf der Pathophysiologie Parameter, die wir beeinflussen können, dann ist es physiologisch gesehen natürlich die Insulinresistenz. Die wollen wir zurückdrängen, um damit die Situation zu verbessern. Das geht einher mit dem Absenken auch hochnormaler Blutzuckerspiegel. Da können Sie jetzt berechtigterweise sagen, das ist doch Quark, das bestimme ich nicht. Woher soll ich das wissen? Einfacher wird es mit diesen beiden Parametern. Den Blutdruck, das kann jeder von uns messen. Taillenumfang kann jeder von uns messen. Wenn beide Parameter in die gleiche Richtung gehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil dann bewirkt, das Absenken des Taillenumfangs heißt, dass die Visceral Adipositas zurückgeht. Und das Absenken des Blutdruck heißt, dass die Hormone aus dem Visceralen Fett auch weniger werden, weil das den Blutdruck senkt. Und damit wären wir auf dem richtigen Weg. Egal, was wir in dem Moment gemacht haben. Und ich würde behaupten, das gilt auch für entzündliche Grunderkrankungen. Und da glaube ich, dass metabolisches Syndrom Adipositas, Inflammation und Rheuma und Psoriasis ganz eng miteinander zusammenhängen. Und dass es da diese Common Soil im Endeffekt als Grundlage gibt. Und das ist das Interplay zwischen Bauchfett und Leberfett. Warum? Das Bauchfett, hatte ich Ihnen vorhin gesagt, das produziert fast 700 bekannte Hormone, die eben diese Erkrankung, und ich würde es sagen, auslösen. Und es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen mehr Bauchfett und mehr dieser Hormone. Das Leberfett bedeutet, wenn das Leberfett präsent ist, also etwa 90 bis 100 Gramm Fett in der Leber, dann werden Sie zum Non-Responder für viele Lebensstilveränderungen und auch medikamentöse Therapien. Und Sie fragen, wie kriegen wir die weg? Und das Bauchfett kriegt man nur weg, wenn ich jetzt vor Ihnen stehen würde, würde ich Sie das fragen, aber das Bauchfett kriegt man nur weg, indem man sich bewegt. Und weil das Bauchfett sezerniert freie Fettsäuren, die freien Fettsäuren sind gut, wenn die freien Fettsäuren durch den Muskel schwimmen und der Muskel sich in dem Moment bewegt, werden im Muskel Stoffwechselprozesse in Gang setzt, die die freien Fettsäuren auch verstoffwechseln können. Und dadurch ist in dem komplexen Mechanismus wieder auf die Rückeinlagen und das Bauchfett kommt, weniger ins Bauchfett zurück, als vom Bauchfett ausgeschüttet wurde. Wenn Sie 10.000 Schritte am Tag laufen, können Sie etwa 80 Gramm Bauchfett in zwei Wochen reduzieren. Und das ist ja echt toll. Dann können Sie sich überlegen, wann das Bauchfett weg ist. Das Leberfett, was macht man da? Und wie kriegen wir das Leberfett weg? Manche sagen, wir müssen den Chirurgen fragen, dass er die Leber rausnimmt. Aber ernsthafterweise ist das schwierig. Weil, und das macht die Situation noch komplizierter, wenn Sie über die Präsenz des Leberfetts zum Non-Responder für körperliche Aktivität werden und dann aber, dass die körperliche Aktivität ja wirken muss, dass Sie siszerale Fett reduzieren können, sind Sie in einem Teufelskreis gefangen. Und das können wir bei vielen Patienten sehen, dass eben die Lebensstiländerung nicht funktioniert oder nicht zu einer Gewichtsreduktion führt. Die einzige Möglichkeit, das Leberfett zu reduzieren, ist Fasten. Wenn Sie zwei Wochen lang keine Kilokalorien zu sich führen, wenn Sie zwei Wochen lang nichts essen, dann haben Sie die Chance, dass Sie das Leberfett komplett reduzieren können, komplett zum System bringen können. Das heißt, der einzige Weg, um Leberfett zu reduzieren, ist Fasten. Wie können wir das jetzt in den Kontext bringen? Hier nochmal zwei Bilder dargestellt, zwei Patienten. Der eine hat eine ganz starke subkutan betonte Adipositas. Der andere hat die Vissera-Adipositas. Und hier ist die Insulin-Signal-Transduktions-Kaskade dargestellt. Insulin dockt an den Rezeptern. Die einzelnen Proteine, Enzyme werden phosphoryliert. Der Glucose-Rezeptor geht zur Zellmembran. Die Glucose strömt in die Zelle. Und die roten Substanzen hier dargestellt, werden aus dem Bauchfett sezerniert und blockieren den Prozess. Das heißt, das ist alles, was Sie verstehen müssen, um eine Vissera-Adipositas zu verstehen. Oder um die Konsequenz der Vissera-Adipositas für die Insulinresistenz zu verstehen. Und dann ein Konzept für die Insulinresistenz zu haben. Und das ist die Ursache für Erkrankungen wie Diabetes, metabolisches Syndrom, entzündliche Erkrankungen, aber auch Depression und Demenz. Wenn Sie 4,7 Kilogramm Bauchfett haben, kriegen Sie eine Demenz vom Alzheimer-Typ etwa 17 Jahre früher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das Leberfett ist verantwortlich für eine Non-Response, für eine Lebensstiländerung. Um das nochmal so auf die Spitze zu treiben, NAVL steht hier repräsentativ für Leberfett. Je dicker jemand ist, umso mehr Leberfett hat er. Das heißt, die stark übergewichtigen Personen haben praktisch fast 100% zu viel Leberfett. Der Zusammenhang zwischen Diabetes und Leberfett. Patienten, die ein HbNc von 8 und 8,5 haben, haben zu 70 bis 80% Leberfett. Und wenn wir jetzt unterscheiden, die dicken und dünnen unserer Patienten mit und ohne Leberfett, sehen Sie hier vorne die ohne Leberfett, die dünnen und die dicken. Und hier hinten die mit Leberfett. Und da sehen Sie, dass der, hier vorne ist die Insulinresistenz aufgezeichnet. Da sehen Sie, dass der dicke allerdings ohne Leberfett deutlich besser dran ist in puncto Insulinresistenz als der schlanke mit Leberfett. Das heißt, das Leberfett alleine ist ein ganz starker Trigger für fast alle chronischen Erkrankungen und insbesondere Insulinresistenz, Diabetes mellitus und entzündliche Erkrankungen. Wie gehen wir jetzt damit um? Ein kurzer Ausflug. Wenn Sie eine andere Methode suchen, um das Leberfett zu reduzieren, dann ist es eine isokalorische Diät mit viel Protein. Da sehen Sie hier, das Leberfett geht tatsächlich runter, aber Sie können es vielleicht um 40, 50% reduzieren. Es ist nicht weg. Der Einzelweg, es wegzukriegen, ist tatsächlich fast. Aber das kann zu einer Remission eines Diabetes führen. Hier nochmal das, was ich dargestellt habe. Wenn also in der Leber zu viel Fett ist, dann ist gleichzeitig auch ein Pankreas zu viel Fett. Das geht Hand in Hand und das zerstört im Endeffekt die Beta-Zell-Funktion oder macht den Patienten auch Insulinresistenz. Wenn man das entfernen kann, das heißt, das Leberfett sinkt, pankreatisches Fett sinkt und dann nimmt die Beta-Zell-Funktion wieder zu. Wenn Sie das frühzeitig machen, also manche nennen das Prä-Diabetes, dann kann das dazu führen, dass es tatsächlich zu einer Remission des Diabetes meditus führt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dabei die hepatische Insulin-Clearance, wie also aus der Leber auch Insulin, in der Leber Insulin auch entfernt wird. Und hier das Insulin, was wir praktisch in uns haben, das Insulin, was wir spritzen, Der Unterschied ist, dass die auf unterschiedlichem Weg, die eine über die Kordader, die andere über das subkutane Gewebe, anströmen und die Leber, als auch in der Peripherie Insulin, entfernt wird. Und je mehr Fett in der Leber ist, desto schlechter wird Insulin entfernt, desto mehr Insulin bleibt im Blutstrom, sozusagen bleibt vorhanden. Und das triggert wiederum in der Entstehung der Insulinresistenz, insbesondere Insulinresistenz der Leber, die dann aber in die Peripherie ausstrahlt. Und um hier nochmal den Zusammenhang zwischen Psoriasis und metabolischem Syndrom darzustellen, eine Meta-Analyse, die gemacht wurde. Die Quintessenz am Ende ist, dass Sie ein deutlich höheres Risiko für das eine haben, wenn Sie auch das andere haben. Und das geht in beide Richtungen. Also metabolisches Syndrom haben Sie ein höheres Risiko für eine Psoriasis. Bei Psoriasis haben Sie ein deutlich höheres Risiko für ein metabolisches Syndrom. Und das ist hier sehr schön dargestellt, ganz am Ende, wenn es um den Body Mass Index geht oder auch um andere Faktoren. Im Endeffekt steigt das Risiko, das eine zu bekommen mit dem anderen. Und ich will hier nur auf dieses Bild hier unten hinweisen, wenn Sie jetzt über Antikörpertherapie nachdenken, ist sehr schön gezeigt, dass zum Beispiel eine Aktivierung von IL-17 und IL-22 Antikörpern damit einhergeht, dass der Hb1c singt. Also wenn man jetzt hier bei Logicals nachdenkt, wie kann das sein, dass die Aktivierung dieser Antikörper dazu führt, dass auch der Zucker sich verbessert. Und es kann nur sein, dass es eben in diesem Interplay dieser Erkrankung miteinander hängt. Also um Psoriasis und das nochmal zu adressieren im Kontext Adipositas, ist es letzten Endes so, dass die Adipositas ist ein Risikofaktor für Psoriasis. Psoriasis ist ein Risikofaktor für die Adipositas. Und die Gewichtsreduktion verbessert beides. Und eine Gewichtsreduktion verbessert auch das Therapieansprechen mit Biologica. Damit ist letzten Endes der schwere Grad bei der Erkrankung direkt miteinander korrespondierend. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal darauf eingehen, was können wir machen und wie können wir das eine oder andere auch anders beeinflussen. Das heißt letzten Endes, wir müssen verstehen, wie wir ticken, wie unsere Lebensweise gestaltet ist. Und wenn ich jetzt vor Ihnen wäre, würde ich Sie fragen, wer von Ihnen gerne mal eine Cola trinkt. Den meldet sich vielleicht ein oder andere und dann würde ich fragen, wer gerne eine Cola Light trinkt. Und dann vielleicht gehen sogar mehr Hände hoch und denen würde ich dann sagen, lassen Sie das besser sein. Weil hier sehen Sie 380.000 Patientenjahre auf dem Bild. Und es zeigt, wenn Sie ein Trink, das ist also eine kleine Dose von einem Softdrink, wenn Sie ein so ein Trink pro Tag über ein Jahr trinken, was macht das mit dem Diabetesrisiko? Wenn Sie Wasser trinken, passiert nichts. Also Wasser scheint ein gesundes Getränk zu sein. Wenn Sie einen Orangensaft trinken aus einer Dose, wo viele Orangen draufgedruckt sind, aber keine wirklich mehr drin ist, erhöht das Diabetesrisiko um 40%. Das ist das gleiche etwa, was auch eine Coca-Cola macht. Aber die Cola Light oder Cola Zero macht 60%. Wie kann das sein, dass die Cola, wo kein Zucker drin ist, am Ende mehr Zucker macht, als die Cola, wo Zucker drin ist? Und die Antwort darauf ist, hier unten darstellt, die Zuckerersatzstoffe und das Mikrobiom. Weil wenn Sie eine bestimmte Schwelle von Zuckerersatzstoffen pro Tag überschreiten, es gibt 38 Zuckerersatzstoffe in der EU, 36 davon machen das, was ich Ihnen sagen will, weil Sie verändern das Mikrobiom. Sie verändern sozusagen die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm und führen dazu, dass 14 andere Bakterienstämme in unserem Darm einwandern, wenn Sie eben diese tägliche Schwelle an Zuckerersatzstoffen überschreiten. Und diese Bakterien, die wachsen in uns, die teilen sich schneller als E. Kulis. Führt dazu, dass etwa drei bis vier Tage nur gebraucht werden, sodass die unseren Darm überwuchern. Und die helfen uns genauso zu verdauen. Und uns geht es trotzdem gut damit. Wir merken das nicht. Aber das Verrückte ist, diese Bakterien produzieren Fettsäure, hochgesättigte Fettsäure. Da sind Milliarden von Bakterien da drin. Und diese Fettsäuren nehmen wir natürlich genauso auf wie die Fettsäuren aus dem Tiramisu. Das Blöde ist nur, diese Fettsäuren landen in der Leber. Das heißt, diese Fettsäuren oder diese Bakterien machen über die Produktion der Fettsäuren eine Leberverfettung. Dann ist das Blöde, dass diese Leberverfettung am Ende dazu führt, dass wir zum Non-Responder auf körperliche Aktivität. Das heißt, dieses Mikrobiom in uns, wenn wir uns bewegen und dazu aber Cola Light trinken, um das mal banal zu sagen, werden diese Fettsäuren, die von den Bakterien produziert werden, machen uns zum Non-Responder auf körperliche Aktivität. Das heißt, sie laufen 10.000 Schritte und es wirkt nur wie 2.000 Schritte. Wenn wir jetzt mal an unsere Patienten denken, wir kennen alle die Patienten, die uns immer wieder sagen, ich mache das doch und ich fahre Fahrrad. Und dann sagen die Patienten, aber es bringt nichts. Das können die Patienten sein, die unter Umständen eben zu viel Leberfett haben. Dazu gehört jetzt nochmal beim Nachdenken, besser zu verstehen, wie man jetzt was erreichen könnte, dass man was ändert. Hier nochmal dargestellt, wie Patienten auf uns hören oder welche Rolle wir für die Lebensstiländerung der Patienten spielen. Stellen Sie sich vor, ein Patient hat Krebs oder eine Pneumonie. Der glaubt in der Regel, was wir ihm sagen. Und wenn wir ihm empfehlen, er soll sich operieren lassen und nächste Woche ist der Termin und ich stelle das in der Regel. Wenn wir über Diabetes und Übergewicht nachdenken, ist die Situation eine ganz andere. Wir als Ärzte sind raus aus dem Feld als Entscheider für die Therapie oder den Lebensstil der Patienten, weil andere das übernehmen. Wir wirken etwa anderthalb Tage, nachdem der Patient bei uns war. Dann hat er in der Regel, er hat nicht vergessen, was wir ihm gesagt haben, aber andere wären wichtiger und das ist die Peergroup des Patienten. Das ist die Familie, das sind Freunde, das sind Arbeitskollegen. Das heißt, der Lebensstil der Peergroup ist für den Lebensstil des Patienten viel bedeutsamer als das Gespräch mit uns. Und wenn dann es zu einer Entscheidung kommt, etwas zu ändern, in der Regel ist das eine emotionale Entscheidung, dann ist der Qualitätsindikator einzig und allein Lebensqualität. Das heißt, wenn wir, das ist egal, ob man jetzt Patient ist oder nicht, wir ticken alle genauso. Wenn wir etwas ändern, wollen wir innerhalb von zwei Tagen merken, ob sich unsere Lebensqualität verbessert, sonst bleiben wir nicht dran. Das heißt, wenn wir über die chronischen Erkrankungen nachdenken und uns überlegen, was wir unseren Patienten sagen, da ist nicht viel dabei, was wirklich deren Lebensqualität innerhalb von zwei Tagen verbessert. In der Regel ist es ja, du darfst das nicht mehr und du musst das machen und das geht schon gar nicht mehr und achte unbedingt darauf. Das heißt, in dem Kontext müssen wir uns überlegen, wie wir da tatsächlich etwas besser machen können, wenn wir da ran wollen, an dieses Interplay zwischen den Fettgeweben. Und zum Abschluss dazu noch mal was Fasten. Ich bin nie ein wirklicher Vertreter des Fastens gegeben. Ich war so wie viele andere auch, habe gesagt, naja, das ist nicht wirklich Medizin und da war das so in der naturheilkundlichen, vielleicht Schmuddelecke. Und dann haben wir gesehen, was mit dem Leberfett passiert. Wir machen viele Studien, wo wir alle sechs Monate die Patienten mit MR-Spektroskopie untersuchen, also ein Ganzkörper-MRT machen und dann mit einer extra Software genau rausrechnen, wie viel Fett in jedem Organ ist. Und dann waren Patienten dabei, da war nach sechs Monaten das ganze Leberfett weg. Und dann haben wir mit Siemens gesprochen, weil wir dachten, das Gerät ist kaputt oder die Software ist kaputt. Und dann haben wir gesehen, dass das häufiger vorkam, in anderen Zentren auch. Und dann irgendwann kam jemand auf die Idee, es ist Fasten, weil ein Patient gesagt hat, er hat gefastet, das ist einige Jahre her. Heute gibt es acht Studien, die das prospektiv untersucht haben. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie zwei Wochen lang null Kilokalorien zu sich führen, also zwei Wochen tatsächlich nichts essen, Null Kilokalorien, dann ist das Leberfett verschwunden. Es gibt eine Studie, die hat das mit drei Wochen und 600 Kilokalorien ohne Kohlenhydrate auch geschafft. Aber so die Hauptschlagrichtung ist eigentlich zwei Wochen lang eine Null-Diät oder eine Wasser-Diät, könnte man auch sagen. Wenn man da versuchen, kurz nochmal einzusteigen, im Endeffekt ist weniger Essen gesund. Lebenserwartung steigt, Risiken für Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen steigen. Es ist sogar antidemenziell. Das heißt also, eigentlich ist eine Diät oder weniger Kalorien zu sich führen erstmal gut. Fasten, es gibt es seit 4000 Jahren, eigentlich faszinierend. Das ist wahrscheinlich die älteste medizinische Therapieform und wir wissen so wenig darüber. Letzten Endes kann jeder sagen, ich höre mal eine Zeit lang auf zu essen und das ist Fasten. Aber es gibt auch viele Menschen, die heute sagen, digitales Fasten oder Gummibärchenfasten, Alkoholfasten und sowas. Fasten ist ganz unterschiedlich besetzt und für viele Menschen ist es auch sichtweise zu verändern. Interessant ist aber, praktisch in allen Religionen gibt es das Fasten. In unterschiedlicher Form, aber eigentlich ist es eine Strategie, die einmal im Jahr eine Einkehr bedeuten soll, aber vielleicht auch eben von vornherein schon immer eine sinnvolle Public-Health-Maßnahme gewesen ist. Wenn wir als Wissenschaftler das betrachten, die medizinische Seite ist letzten Endes, sie zehren, es ist kein Mangel an Erlangen, sondern sie zehren von dem, was der Körper gespeichert hat. Das heißt, wenn sie nichts essen, dann wird in der Regel die Energie, die in Muskel und Fett gespeichert ist, genommen. Jetzt sagen die einen wahrscheinlich, ja genau das wollen wir, denn wir wollen ja nicht, dass die Muskelzellen genommen werden oder kaputt gehen. Das ist ganz richtig. Derjenige, der sich zum Fasten ins Bett legt, bei dem wird Muskel abgebaut. Derjenige, der sich zum Fasten bewegt, bei dem wird Fett abgebaut. Und für diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, das geht gar nicht, Sie können wahrscheinlich 40, und es gibt eine Studie, sogar 49 Tage Fasten, ohne dass es zu einer Minderversorgung mit Spurenelementen, Vitaminen kommt. Also das geht schon eine sehr lange Zeit. Für mich ist aus medizinischer Sicht, dass Fasten der schnellste Zugewinn an Gesundheit, den wir generieren können. Fasten ist eine körperliche Herausforderung, aber es ist auch eine Errungenschaft des Körpers. Sie nehmen viel ab, aber viel von der Gewichtsreduktion ist erstmal eine Flüssigkeitsumverlagerung. Sie scheiden am Anfang schnell drei Kilogramm Flüssigkeit aus und die haben Sie nach dem Fasten innerhalb von zwei, drei Tagen auch wieder drin. Das ist dann also nicht eine Gewichtszunahme, sondern einfach eine Umverlagerung der Flüssigkeit. Und Fasten ist der einzige Weg, um das Leberfett loszuwerden. Aber es reduziert auch noch zusätzlich das Bauchfett. Das ist ein komplettes Reset für das Mikrobiom und ist natürlich eine aufregende Erfahrung. Wie mache ich das jetzt? Und zwar hier nochmal beispielhaft, ich habe das selbst mittlerweile glaube ich 14 oder 15 Mal gemacht, eine Gewichtsreduktion dargestellt. Das sind hier knapp 10, etwas mehr als 10 Kilogramm, über einen Zeitraum von 12 Tagen. Wie geht das los? Letzten Endes kann jeder entscheiden, aufzuhören zu essen. Sie müssen den Darm entleeren, dafür am Anfang Glaubersalz nehmen und dann empfehle ich immer gerne, alle zwei bis drei Tage mit einem Clistier den Darm zu entleeren. Es ist faszinierend, wie viel Stuhl entsteht, obwohl Sie fasten. Und das sind eben Zellen, die abgebaut werden. Sie müssen viel trinken, vier bis sechs Liter Flüssigkeit oder Tee am Tag, kein Früchtetee, schwarzer Tee geht aber. Der erste, zweite Tag haben Sie noch Hunger und Appetit. Der dritte, vierte Tag ist eine Katastrophe. Sie fühlen sich verkatert, als hätten Sie, Entschuldigung, wenn ich das sage, durchgesoffen. Und dann switcht das auf einmal um und es geht Ihnen gut. Und was ist da passiert? Weil das ist der entscheidende Punkt beim Fasten und der entscheidende Effekt des Fastens. Der Körper hat sich umgestellt vom Verbrennen von Glucose auf das Verbrennen von Ketonkörper. Wenn Sie die beiden Hände nehmen und Glucose, Ketonkörper, gleiche Menge, haben die Ketonkörper fast doppelt so viel Energie. Wie die gleiche Menge Glucose. Und das ist gut fürs Gehirn, das ist gut fürs Herz. Wo kommen die Ketonkörper her? Die kommen aus dem Fettgewebe. Das heißt, der Körper muss Fettgewebe, also wenn der Körper sich in dem Moment bewegt, muss der Körper Fettgewebe abbauen, um an die Ketonkörper ranzukommen. Und an welches Fett geht er als erstes ran? An das, was so gut rankommt. Und das ist eben der Leber. Und das ist im Bauchfett. Und das ist letzten Endes der Effekt, warum Fasten das Leberfett praktisch verschwinden lässt. Und das ist der Effekt, den wir nutzen wollen, um damit diesen schnellen Zugewinn an Gesundheit zu generieren und den Patienten zu helfen. Weil wenn das Leberfett einmal weg ist, dann ist alles andere, was der Patient macht, alle anderen Therapieformen, alles, was er in der Lebensstelle nimmt, nimmt auf einmal Fahrt auf. Das ist praktisch das Verschwinden des Leberfetts, ein Booster für den gesunden Lebendischen. Umgedreht, die Präsenz des Leberfetts ist aber ein Booster für die Entstehung eines Diabetes. Das heißt, so am Tag 4,5 und am Beginn des 5. Tages sind Sie in der Ketose. Und auf einen Schlag geht es Ihnen gut. Die Ketonkörper, sage ich so gerne, ist wie Kokain fürs Gehirn. Sie fühlen sich stark, Sie sind kreativ, Sie sehen besser, Sie schlafen nur noch 4 Stunden und sind aber fit. Und das ist etwas, was einen enorm stimulieren kann. Und jetzt kommen viele und sagen, reicht denn dann nicht auch 7 Tage fast? Aus Leberfettsicht nicht, aber eben auch alleine aus dem Fakt, dass Sie 4 Tage brauchen, um den Körper auf die Ketose umzustellen. Und wenn Sie dann nach 3 Tagen aufhören, hatten Sie 4 Tage Aufwand für nur 3 Tage Effekt. Das heißt, 4 Tage Aufwand für 10 Tage Effekt ist arithmetisch gesehen für mich einfach viel effektiver. Aber Sie müssen sich bewegen. 10.000 Schritte am Tag. Es ist völlig egal, welche Form von Bewegung. Ein bewegter Muskel wird nicht abgebaut. Man kann sich wiegen, wenn man das will. Entscheiden für das Fasten ist aber, wie Sie aufhören zu fasten. Und das entscheidet, wie gut das Fasten war. Am ersten Tag 600, dann 800, 1000, 1200 Kilokalorien über die 4 Tage. Dann können Sie normal weitermachen. Es ist ganz gut, wenn Sie sich die Mahlzeiten gut planen, dass Sie dann nicht über Appetit irgendwie abrupt irgendwas essen. In der Fastenbrechenzeit weiter viel Flüssigkeit trinken, weil der Darm, der ja am Anfang entleert wurde, bewegt sich dann nicht mehr. Dadurch hat man auch keinen Hunger und Appetit mehr. Aber dadurch wird auch weniger durchblutet. Die Flüssigkeit verlieren Sie. Und dann müssen Sie natürlich, wenn der Darm wieder anfängt zu arbeiten, muss es ja auch wieder durchblutet werden. Und die Flüssigkeit müssen Sie zuführen. Und da braucht der Körper eben auch viel Flüssigkeit. Wenn Sie es geschafft haben, diese zwei Wochen durchzuhalten, zelebrieren Sie das. Weil das ist wirklich ein gigantischer Erfolg für Sie, was Sie erreicht haben oder der Patient erreicht hat. Hier mal dargestellt, ein ambulantes Glucoseprofil, also praktisch eine kontinuierliche Glucosemessung über das Fasten. Und Sie sehen, da ist praktisch gar nichts mehr. Das ist eine flache Kurve. Und die entspricht so ein bisschen dem, was ich eingangs gezeigt habe von der jungen Frau. Hier mal über 14 Tage dargestellt. Das war der normale Alltag. Von einem Gesunden. Der grüne Bereich ist der gesunde Bereich. Und Sie sehen, da bewegt er sich immer drin. Und dann hat er hier angefangen zu fasten. Und Sie sehen, die Glucosespiegel gehen runter und gehen sogar bis in den Hypo-Bereich. Also man unterzuckert eigentlich. Man hat Blutzuckerspiegel oder Gewebszuckerspiegel von 2,5 Millimol, wo wir eigentlich erschrocken wären. Aber da Sie ja Ketonkörper verbrennen, spielt das keine so große Rolle mehr. Hier zum Abschluss gesagt, man ist ja in einer Ketose. Und hier sind mal die Ketonkörper dargestellt. Und hier sehen Sie die Situation vor dem Fasten. Und die erste Spalt ist nach dem Fasten. Und Sie sehen, das ist eine 15- bis 20-fach erhöhte Menge an Ketonkörpern. Man ist also in einer schweren Ketose, was aber, wenn Sie genug trinken, eigentlich kein, oder nicht eigentlich, sondern kein Problem darstellt. Reicht das? Das Entscheidende, wenn wir chronische Erkrankungen verhindern wollen, man könnte sagen, das Entscheidende neben dem Fasten, ist körperliche Aktivität. 10.000 Schritte am Tag ist das, was evidenzbasiert ist, um uns gesund zu halten und gesund zu machen. Ein Schrittzähler, hier sind Sie noch die alten Schrittzähler. Heute hat jedes Smartphone den Schrittzähler vorinstalliert. Helfen, wenn Sie einen Schrittzähler tragen, dreimal am Tag auf die Schrittzahl schauen, laufen Sie am Ende eines Monats 3.000 Schritte mehr als am Anfang des Monats. Aber glauben Sie nicht Ihrem Arzt. Hier sehen Sie 31 Diabetologen auf dem Bild. Einer ist auf der Treppe. Alle anderen staunen sich vor der Rolltreppe und bleiben auf der dann auch noch stehen. Flughafen in Doha, Flughafen in München und Flughafen in Daman und Saudi-Arabien während Diabetesveranstaltungen. Also lassen Sie uns überlegen, dass wir ein Vorbild für unsere Patienten sind und uns selbst bewegen und damit auch unsere Patienten vielleicht in Bewegung versetzen. Also vergessen Sie diese 10.000 Schritte nicht. Das ist das, was Prävention von chronischen Erkrankungen bedeutet. Abschließend, wenn Sie jetzt einen Patienten vor sich haben und Sie überlegen, was Sie dem sagen sollen. 10.000 Schritte am Tag, das ist eine Empfehlung, die für jeden interessant sein kann. In der Regel funktionieren oder springen da Männer schneller drauf an als Frauen. Allerdings sind Frauen nachhaltiger und bleiben dabei. Messen Sie den Teilenumfang, weil das ist ein Zeichen für die Visceral Adipositas. Über 88 Zentimeter bei Frauen und über 102 Zentimeter bei Männern. Das ist das, was eigentlich krankhaft ist. Für keine Zuckerersatzstoffe gibt es keine Alternative. Weglassen. Und das ist nicht die Cola Light oder die Pepsi Light, sondern das sind eben viele andere Produkte, die wir im Supermarkt kaufen. 37 Prozent der durchschnittlichen Produkte in dem Supermarkt haben Zuckerersatzstoffe drin. Und davon müssen wir eigentlich wegkommen. Ballaststoffreich ernähren, das ist das, was funktioniert. 15 Gramm auf 1000 Kilokalorien, das heißt also 35 Gramm Ballaststoffe, das ist anstrengend pro Tag. Viel trinken, zwei bis drei Liter am Tag ist gut. Fünf bis sechs Liter ist das, was beim Fasten wichtig ist. Jede Form der Gewichtsreduktion verbessert das Ansprechen von anti-entzündlichen Medikamenten, auch Biologika, insbesondere auch bei Psoriasis. Und überlegen Sie sich das mal, ob das Fasten für Sie oder Ihre Patienten nicht was wäre, weil das kann zu einer Remission eines Diabetes und ich glaube auch eine Remission einer Adipositas-Firmen. Und lassen Sie uns diese Ideen austauschen und beibehalten und unsere Erfahrungen, aber auch unsere Vorbehalte nutzen, um gemeinsam daran zu arbeiten, am Ende dem Diabetes davon zu laufen. Und damit danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Professor Schwarz, herzlich willkommen. Was ich am Anfang nicht angekündigt habe, war, dass das eine Aufzeichnung war, weil Sie eben in Pakistan weilen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut verstehen und wir können die aufnehmen. Ich mache noch kurz die Kurve von der Ernährung über die Psoriasis zum Rheuma. Aber es war definitiv keine Themenverfehlung unter Anführungsstrichen. Entschuldigen Sie, dass ich das so aufnehme. Es war genauso gedacht, weil ich Ihren Vortrag ja auch kannte. Wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung zu Psoriasis und Psoriasis-Athritis und das ist der Konnex. Und Sie haben vorhin von Professor Krause gehört, dass eine schlecht eingestellte Psoriasis eine Vorerkrankung quasi zum Thema der Psoriasis-Athritis ist. Und meine Frage an Ihnen war schon darauf gezielt, was kann man denn dort außenrum vorbereiten? Und Sie haben jetzt genau gehört, dass die 10.000 Schritte oder die 1.000 Schritte mehr, denn ein Arthritiker, der Kniebeschwerden hat, wird weniger viel gehen können. Aber vielleicht kann ja doch die 1.000 Schritte mehr gehen. Sein Risiko reduziert an einer Komorbidität und das sind wichtige, gegen neuromatische Erkrankungen, einen weiteren Nachteil seiner Erkrankung zu haben. Und insofern kümmern wir uns einerseits durch die Ernährung oder durch das Fasten. Sie haben ein Lieblingsthema von mir und auch von meiner Frau, die in dem Thema speziell unterwegs ist, aufgegriffen, die ketogene Versorgung des Stoffwechsels, dass die ein wesentlicher Schritt ist, um die negativen Effekte der Kohlenhydrate reinzubringen und dass eben auch die Zuckerersatzstoffe große Nachteile bringen, obwohl die Industrie, und ich glaube, das muss man so erwähnen, ganz, ganz stark darauf pocht, diese einzusetzen, sowohl was die Kohlenhydrate als auch was das betrifft. Da sind vielleicht unterschiedliche Interessen und ich würde Ihnen jetzt gerne noch das Wort geben, ob meine Vorstellung zum Konex Rheumatologie, ob sich das mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Einschätzung deckt. Also erstmal möchte ich das, was Sie zur ketogenen Ernährung gesagt haben, komplett unterstützen. Wenn wir jetzt aber Fasten und ketogene Diät miteinander vergleichen, ist es eigentlich für mich ganz simpel. Bei der ketogenen Diät verbrennen Sie das Fett, was Sie essen. Beim Fasten verbrennen Sie das Fett, was Sie schon in sich tragen. Also ich entschuldige mich, wenn ich das jetzt so vereinfacht darstelle, aber dieser Gedanke ist für mich immer der Grund zu unterscheiden, was will ich jetzt machen? Es gibt enorme gute Effekte der ketogenen Ernährung und das ist etwas, wo viele Patienten enorm davon profitieren und das sogar auch mögen umzusetzen. Nur hat die ketogene Diät keinen Effekt, dass das Leberfett komplett verschwindet. Dazu muss man fasten. Also man könnte jetzt extrapolieren und sagen, eigentlich wäre es eine coole Herangehensweise zu sagen, zu fasten und dann ketogenen sich weiter zu ernähren oder zu fasten und dann mit Intervallfasten weiterzumachen. Das ist auch eigentlich eine ganz individuelle Entscheidung des Patienten. Das, was ich sage immer gerne, der Patient muss das oder kann das machen oder hält nur das durch, was wirklich in seinen Alltag reinpasst. Und das kann jetzt, ob er einen Rheuma hat, ob er eine Psoriasis hat, ob er einen Diabetes hat, metabolisches Syndrom oder einfach nur ein, sagen wir mal, Bluthochdruck, können da auch unterschiedliche Ernährungsformen oder Diätformen relevant sein. Um nochmal auf das Rheuma zurückzukommen, wenn Sie jetzt die Frage stellen, Rheuma und Fasten, das ist nicht wirklich geklärt. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Rheumatikern, die fasten und das Rheuma ist weg. Aber wir haben auch Erfahrungen, wo Rheumatiker anfangen zu fasten, dann sagen sie, ach, das war die ersten sechs Tage, war das sehr gut und dann kam das mit Wucht zurück. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich das erklären kann, das kann ich nicht. Das ist das, was wir im Moment sehen. Der Hypothese folgen, dass das Fasten anti-entzündlich wirkt, müssten die Ergebnisse eigentlich besser sein. Aber das ist so ein Zeichen, dass wir eben das auch nicht alles kennen. Wird vielleicht ein Intervallfasten da besser funktioniert oder ob die ketogene Ernährung damit besser wird, das würde ich eigentlich dem Herrn Welker gerne zurückgeben. Aber das ist so der Punkt, wo jetzt auch darüber diskutiert wird. Welche Rolle das Leberfett beim Rheuma hat, ist im Moment auch noch vollkommen ungeklärt. Ich nehme den Ball gerne wieder auf und mir war das sehr wertvoll, das zu diskutieren, denn letztendlich haben wir ja im Prinzip eine zunehmende Evidenzlage. Und wir sind in einem Prozess, in dem Ernährungswissenschaften mit Medizin zunehmend auf Evidenz sich austauscht. Wir haben für die Psoriasis eindeutig. Wir haben sogar eine Studie aus England, die auch bei der Psoriasis Arthritis durchs Fasten ein Rückgang der Krankheitsaktivität im Rahmen eines sehr schönen Studienansatzes gezeigt hat. Ich glaube, wir kriegen zunehmend Informationen, welche wichtig sind. Und das halte ich, genau das war der Punkt, um den es mir geht, aber wir können allein durch die Maßnahmen des Fastens, durch das Bewegen schon sehr viel erreichen. Und ich glaube, Sie haben sehr, sehr positive Rückmeldungen auch bekommen aus dem Chat. Super Vortrag und so weiter. Ich glaube, das kommt auch bei vielen. Danke. Ich erlaube mir kurz, auf einzelne Fragen einzugehen, die teilweise schon beantwortet sind. Ich fasse mal eins zusammen, und zwar, wie oft und welches Fasten empfehlen Sie? Das haben Sie ja schon beschrieben, aber ich nehme es weitere auf. Also kurz gesagt, wenn es darum geht, Leberfett verschwinden zu lassen, dann sind es zwei Wochen nur Kilokalorien. Ansonsten alle anderen Fastenformen so, dass sie in den Alltag des Patienten passen. Okay, und wie oft im Jahr? Auch das ist individuell. Man soll nicht immer von sich auf andere schließen, aber meine Entscheidung für mich ist, einmal im Jahr zwei Wochen lang nichts zu essen. Aber das ist mein individueller Weg. Jetzt muss ich mich so ein bisschen outen, auch wenn ich sage, es ist ja klug, nach dem Fasten einen gesunden Lebensstil anzuschließen. Das ist etwas, daran scheitere ich immer. Und meine Antwort darauf ist aber, dass ich dann eben einmal in einem Jahr zwei Wochen lang mich komplett rausnehme. Also nicht aus der Arbeit rausnehme. Ich gehe ganz normal arbeiten, während ich faste. Und ich mache das auch mit vielen Mitarbeitern, die sogar auf der Covid-Intensivstation gearbeitet haben und gefastet haben. Also der Gedanke zum Fasten, muss man zu Hause bleiben, das muss nicht sein. Also das ist mein individuelles Modell. Für jemanden, der es schafft, nach dem Fasten eine andere Form von gesunden Lebensstil anzuschließen, da kann das Fasten ein wichtiger Trigger sein. Da kann man durchaus diskutieren, wenn das Leberfurt einmal weg ist, dann kann auch eine ketogene Ernährung oder ein Intervallfasten ein sein gesunder Lebensstil sein und er muss dann nicht nochmal fasten. Also zwischen diesen beiden Extremen würde ich mich bewegen. Ich dürfte nur empfehlen, wahrscheinlich ist Tag 3, 4 entweder entschieden bei der Familie oder entschieden in der Abend. Ich fange nur Donnerstag früh an, sodass ich Donnerstag, Freitag die Tage habe, wo ich Appetit habe und Hunger habe, da lenkt mich die Arbeit ab und das Wochenende habe ich dann eben Kopfschmerzen zu Hause und dann verzieht sich die Familie oder schließt mich ein oder irgendwas und dann am Sonntagmittag oder Sonntagabend ist das, switcht das um und es geht ein Gut. Dann hätte ich noch eine Frage, wie der prozentuale Anteil des Leberfetts bestimmt wird. Wird es in der Praxis regelmäßig und wie wird das in der Praxis regelmäßig durchgeführt? Ich würde wünschen, dass ich hier eine ganz konkrete Antwort geben kann, weil es gibt noch keinen Biomarker, der mit dem Leberfett korreliert und mit der Abnahme des Leberfetts korreliert. Was wir machen, ist MR-Spektroskopie. Das heißt, wir machen einen MRT und berechnen dann die Bilder nochmal neu mit einer extra geschriebenen Software und können dann sagen, wie viel Gramm Fett ist in der Leber und da sind wir irgendwo zwischen 800 und 1000 Euro. Das ist also inakzeptabel. Aber ich kenne 18 Forschergruppen, die daran arbeiten, einen Biomarker, der mit dem Leberfett korreliert, zu etablieren. Da gibt es ganz viele Scores und so. Die kann man alle nutzen. In der Regel springen die aber so ab 200, 250 Gramm Fett an und das ist eigentlich zu spät für das, was ich eben erwähnt habe. Also im Moment können wir das noch nicht beantworten. Wir hoffen, dass es wahrscheinlich einen Biomarker im Urin geben wird, der damit korreliert und am Ende ist es ja egal, wo man den herholt. Und ich sage kurz noch aufpoppen, so eine Frage zur Nafelt. Nafelt ist ja die klassische Leberverfettung, dann gibt es noch die Mafelt, die metabolisch getriggerte Leberverfettung und dann reden wir aber auch über Fettmengen ab 300, 350 Gramm, also was man mit Ultraschall sehen kann und das ist eigentlich auch schon wieder relativ spät. Okay, da war jetzt gerade noch erwähnt Trichlycerid-Gamma-Getik-Potient und dann würde ich noch eine... das ist das, was ich vorhin meinte, da gibt es verschiedene Scores und das ist das Einzige, was wir im Moment heranziehen können, aber keiner ist wirklich so ganz spezifisch für niedrige Mengen an Leberfett. Wenn Sie so 300 Gramm Fett in der Leber haben, dann springen diese Scores an, führt Phasen dahinter und das sehen wir bei einem Gesunder mit einer gestörten Glucosetoleranz oder einem Gesunder mit einer Insulin hat zu über 50 Prozent eben schon eine Leberverfettung in dem Bereich bei 100, 150 Gramm und da gibt es eben noch keinen Score, der das wirklich gut erfasst, aber ich bin ganz optimistisch, sagen wir mal, man soll nie einen Zeitpunkt sagen, aber dass wir den in zwei Jahren haben. Das ist doch mein Wort und zwei letzte Fragen mit bitte und kurzer Antwort ist, wie setzen Sie das Fasten und das ist doch wichtig beim Manifesten Diabetes um und was halten Sie von Ozenpig zum Thema Abnehmen? Zwei ganz wichtige Fragen. Manifeste Diabetes, wenn es ein Typ 2 Diabetes ist, ohne Insulin gar kein Problem. Am ersten Tag, wenn Sie Angst haben, die Antidiabetiker halbieren, am zweiten Tag keine mehr geben. Wenn Sie Insulin haben, das Insulin, sagen wir mal, 90 Prozent reduzieren und vielleicht am dritten Tag nicht mehr geben. Bei Typ 2 Diabetes, Typ 1 Diabetes wäre ich zurückhalten. Ozenpig, Lassen Sie mich platt sagen, ist eine coole Droge. Wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse, dass die Patienten eben wirklich abnehmen. Das Leberfett geht aber nicht zurück. Es gibt viele Studien zu den GLP1, die haben den Effekt aufs Leberfett, aber es ist nicht, dass es komplett verschwindet. Und auch alle anderen medikamentösen Studien zum Leberfett sind nicht so gut wie tatsächlich zwei Wochen Fasten. Dann darf ich mich an dieser Stelle auch für die Diskussion sehr liebhaft herzlich bedanken. War mir eine Freude. Viele herzlichen Grüße. es ist nicht so gut. Vielen Dank.